Danke, Sammy. Das ist nicht. Hat er eine Hülle reingesticht? Danke, mein Guter. Das war wohl immer, Bruder. Ich habe ein bisschen Finger am Stück. Ja, aber ist auch noch fit, nicht so richtig? Bist du auch ein alter Opa, ne? Ja. Ja, ich bin auch schon alt. Wie alt? Was hältst du denn? Richtig? Nee, so 35, ne? Ja, 35, 40. Ja, richtig, nicht gut. Aber meine Maschine... Läuft. Unten auch? Ja? Welche Woche war ich im Tod. Das ist im Tod, ne? 2 oder 4 Euro. Für eine schwarze oder was? Alles klar, Junge. Was? Für eine schwarze oder was? Ja, das habe ich schon. Aber die hat es mir richtig beigebracht, ich glaube. Wo warst du denn? Welchen Post? Braunstraße. Poststraße? Ja. Ja, cool. Ich habe gedacht, ich werde die... Junge, Junge, Junge. Ich klicke noch mal der Portemonnaie, ich denke... Oh. Das war Euro 40 weg. Kurz BH geöffnet, wieder nach Haus. Nein, 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 nein. Das war das erste, das letzte Mal nicht. Mach's gut, ne? Mach's gut. Viel Spaß!